Ah, ist der oft zu lecken? Ja, du leckst ein bisschen. Das ist nicht gut. Ah, jetzt gab es noch mal keinen Rundschrauben, ne? Das wäre aber nicht schon. Ah, fuck! Doch! Was? Der Wix hat mich so umfarrt und gedacht, ich habe die Haftmine nicht mehr dran gemacht, aber das Ding ist doch explodiert.